Das zweite Granatenfest mit Präsentation ihrer brandneuen CD Granatenstark steigt am Samstag, den 1. April, in der weststeirischen Heimat Ligist. Mit dabei unter anderem der Musikverein Ligist-Kottendorf, Oberkainer Power, Z3, die Jungen Lavantaler und Daniel Düsenfitz. Unter allen Besuchern gibt es ein exklusives Wohnzimmerkonzert der Granaten zu gewinnen. Das Granatenfest 2017 am Samstag, den 1. April, in der Mehrzweckhalle in Ligist in der Weststeiermark.